720 Nachwuchs-Leichtathletinnen und Leichtathleten aus 84 Vereinen. Am Wochenende lud der Berliner Leichtathletikverband zu einem ganz besonderen Wettkampf ein, denn die alljährlichen Berlin-Brandenburg-Meisterschaften in den Altersklassen U16 und U20 standen auf dem Programm. Für den BLV-Präsidenten Andreas Statzkowski ein ganz wichtiges Ereignis. Dass natürlich unheimlich viele Athleten aus unheimlich vielen Vereinen hier bei uns sind. 720 Athleten aus 84 Vereinen und das ja nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Brandenburg. Das ist eine tolle Breite, die hier erreicht ist und sieht man ja auch. Gut angenommen, im Stall ist hier was los. Nicht nur auf der Bahn oder hier auf dem Rasen, sondern eben auch auf den Tribünen und auf den Plätzen. So soll es sein. Und so bewiesen die Nachwuchs-Athletinnen und Athleten ihr volles Können. Dabei wurde keine Disziplin ausgelassen. Ob Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen oder Stabhochsprung. Bei den Berlin-Brandenburg-Meisterschaften zeigte sich die volle Bandbreite der Leichtathletik. Und so wurden die Wettkämpfe auf allerhöchstem Niveau ausgefochten. Auch für den deutschen Jugendmeister im Hochsprung ist dieser Wettkampf in seiner Heimat immer etwas ganz Besonderes. Es ist ein schönes Umfeld, eine gute Kulisse zum Springen. Die Stimmung ist im Stadion immer sehr cool, finde ich. War heute leider nicht ganz mein Tag, aber trotzdem schön hier zu sein. In beiden Altersklassen dieser Berliner und Brandenburger Leichtathletik-Jugend-Wettkämpfe war für Spannung gesorgt. Bei den Lauf- und Sprung-Disziplinen stach in der Klasse U16 besonders Alina Spaniol hervor, die in zahlreichen Wettkämpfen startete und dabei einiges Edelmetall mit nach Hause nehmen konnte. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Ich habe an drei Disziplinen teilgenommen und auch drei Medaillen gewonnen. Und dafür, dass ich gestern Jugendweiheil hatte, ist es sehr gut gelaufen. Auch für die Berliner Rekordhalterin im Speerwerfen in der Altersklasse U16 sollte das Wochenende im Berliner Momsenstadion ein goldenes werden. Mit gleich drei Goldmedaillen in den Disziplinen Speerwurf. Kugelstoßen und der 100-Meter-Staffel zeigte die Allrounderin, dass man in Zukunft viel von ihr erwarten kann. Ich bin sehr glücklich. Ich habe sehr gute Leistungen erbracht und kann eigentlich nur noch strahlen und kann auch gar nicht aufhören zu lächeln. Und auch für Supersprinter und Dauersieger James Adebola stellt der Sieg bei den Berlin-Brandenburg-Meisterschaften natürlich eine Belohnung für hartes Training dar. Er siegte klar im 200-Meter-Finale der Klasse U20 mit einer Bestzeit von unter 20 Sekunden. Es fühlt sich gut an. Ich habe einen guten Tag, gute Laune. Wir haben mit einem guten Gefühl am Start rangegangen. Am Ende der Wettkämpfe präsentierten sich zahlreiche neue und alte Berlin-Brandenburg-Meister, die bewiesen, dass wir uns um die Zukunft der Leichtathletik keine Sorgen machen müssen. Man kann also gespannt sein, welche Sportlerin, welcher Sportler wir auch in Zukunft bei nationalen Wettkämpfen bejubeln dürfen. Und vielleicht erfüllt sich für den einen oder die andere der große Traum von Olympia. Wir sehen uns beim nächsten Mal.